So, jetzt ist es, Freunde, herzlich willkommen noch mit meinem Kanal. Freunde, am Wochenende, muss man sagen, ist Koroschumara total in Tränen ausgeboren. Da habe ich gesagt, krasses Scheiße. Was ist denn da los? Warum heult sie? Warum, was ist da passiert? Wir schauen jetzt rein und sehen uns gleich wieder. In den Keller rein ist der ganze Keller voller Wasser. Und ich sitze jetzt seit drei Tagen mit dem Kuchen hoch zu Hause und über dem Wasser ab nicht geduscht. So, natürlich kann ich das natürlich verstehen. Eben halt, wenn man da ein Wasser unter dem Keller hat, der Hund geht sich gut, kann ich verstehen. Da bin ich auch kein Hund mit. Aber ich glaube, das sind trotzdem Probleme, die kann man regeln. Schreibt mal rein, was du sagst, diesen Kanal abonnieren.